Musik Moin aus Berlin, SulSul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja, und Caroline ist immer noch am trainieren. Die ist gut dabei. Wir machen hier ein energiegeladenes, schweres Gewichtheben als nächstes. Level 10, ich weiß gar nicht, was ich schon sagte in letzter Folge, ich weiß nicht, wann ich die als Bodybuilderin eingesetzt habe, aber okay. So, wie geht es ihrem Kind? Dem geht es gut, aber Papa wäre auch da, der ist wach. Ja, cool. Okay. So, jetzt geht es hier ans Gewichtheben. Was denn, nicht? Doch, komm bitte, mach mal. Komm. Gewichtheben, an die Grenzen gehen. Komm, zack, zack. Dann kannst du dein Mälle irgendwie sehr unwohl. Na gut, dann eben heute nicht mehr. Ja, dann geh ins Bett. Kommt er jetzt hier angedackelt oder was? Ja. Tatsächlich. Aber wisst ihr, was ihr machen könnt? Guck mal. Pass mal auf. Hier sitzen und plaudern. Sitzen. Und einen Mixer engagieren. Komm her. Der macht uns jetzt Getränke. Schöne Wohnung eigentlich, ne? Mit Bar und könnte fast ein Hotel sein, ey. Oh, da ist der Mixer oder die Mixerin in diesem Fall. Was hast du dir denn da geholt? Ja, das ist der Drink. Okay. Getränk bestellen. Zebra Fitz. Getränk bestellen. Wir trinken beide in Zebra Fitz. Die beiden saufen. Der Rest pennt. Wow. Okay. Okay. Brüsterchen. Brüsterchen. Ja, kann man abends auch mal machen, oder? Das ist natürlich auch was, ne? Um 6.56 Uhr an der Bar hängen und saufen. Christian muss zur Schule? Ja, bis zum Geburtstag dauert das noch ein bisschen von ihm, ne? Was macht der Pimpf? Okay. Warum muss man den Kindersitter immer wieder engagieren? Das ist doch unmöglich. Warum kann man da nicht auch so einen dauerhaften Babysitter haben? Ja, so treffen wir uns alle morgens um 6 an der Bar. Warum auch nicht? Wessen Hausaufgaben sind denn das eigentlich? Ach so, sie hat den Kindersitter-Service noch nicht gemacht. Ich bin doch gar nicht engagiert. Doch jetzt. Tschüss, viel Spaß in der Schule. Lena und Anna sind gute Freunde geworden. Dabei quatschen die im Moment nicht mal. Aber okay. Und dafür, dass sie sich um das Kind kümmern soll? Wo ist sie denn? Also irgendjemand hat sich offensichtlich um das Kind gekümmert? Mit Marina plaudern? Achso, Marina ist die Bartante. Wollt grad sagen. Nach Rabatz. Komm, wir trinken jetzt einen Rabatz. Badee, Brüder. Beine, Jirabao. Briché, Vilpa. Charm. Witouni. Florebe, Essim. Spare die Brüder haben. Ich glaube, ich. Ah, ah. Sibibwum, Florebe. Bwesbrenim. Shaobo, Barlin. Chaimacabij. Beru, Pennevi. Doobao, Saba, Feneer. Ach ja. So, okay. Dann würde ich sagen, wird sie wahrscheinlich jetzt ins Bett wandern oder da zusammenbrechen. Ja. Letzteres. Er interessiert aber auch keinen. Okay, naja, macht ja nix. Das muss man sich mal vorstellen. Da möchte man morgens um sechs ein paar Drinks haben und engagiert dafür dann gleich eine Mixerin. Das ist unglaublich. Ah, die Putzfrau. Oder auch die Reinigungskraft. Putzfrau hört sich so ab und dann. Die Reinigungskraft. Die räumt jetzt auf. Die werden wir mal ein bisschen beobachten. Was macht denn die jetzt? Okay. Ist eine feine Gesellschaft hier morgens, ne? Reinigungskraft trinkt erst mal einen Kaffee. Dann Tee. Oh, was war das denn? Alter. Alter, was ist hier los um die Uhrzeit? Wo holt die ganze Torte eigentlich her? Und warum macht die Babysitterin sauber anstatt der Reinigungskraft? Können wir das irgendeiner erzählen? Und wer singt da, Himmel? Du da. Reparieren. Sag mal, sprühst du das ganze Chemie? Ich weiß, boah, wie sieht die Maschine denn aus? Machst du die auch sauber? Wo geht sie denn jetzt hin? Gucken ihr mal beim Saubermachen zu, würde ich sagen. Okay. Na hör mal, Schätzlein, aber sauber geht anders. Wie sieht denn das aus? Oder hat sie jetzt aufgehört, weil der ins Bett wollte? Frau Lamberts, was ist los? Oh, aber sie lächelt. Oh, aber sie lächelt. Bist du bald mal fertig? Bist du bald mal fertig? Die geht jetzt runter. Ist die jetzt schon fertig, oder was? Und das Waschbecken sieht ja noch aus wie Sau, ne? Die Barkeeperin ist weg. Okay. Wird jetzt aufgewischt. Okay. Okay. Okay, jetzt kommt die Kaffeemaschine dran. Aber, liebe Leute, wie es hier in diesem Haushalt weitergeht, das sehen wir morgen in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen und ein Abo da. Es kostet euch nichts. Ich freue mich, wenn ihr morgen dann wieder mit dabei seid. Und bis dann erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. 직こちら. ballage. Wir froh. Wir froh. Die Böse. wilderness. Und bis dann. Wir froh. Wir froh. Herr. Whether die. Wir froh. Wir froh. Wir froh. Wir froh.